Musik Ich heiße Viola Vatic Ich habe in Bonn meinen Master gemacht in Romanistik und bin aber im Rahmen dessen auch nach Salamanca gegangen Es gab ein Austauschprogramm mit Salamanca und habe dort den Master Español como Lengua Extranjera absolviert und im Rahmen dessen dann meine Masterarbeit geschrieben Ich habe für meine Masterarbeit den Preis Rey de España 2020 erhalten zusammen mit Alvaro Arango Ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit eine Eye-Tracking-Studie durchgeführt zum Leseverständnis im Spanischen und Deutschen und habe mir dabei die Wortschaftskompetenz Spanischer und Deutscher Sprecher angeschaut Dann ging es zum Beispiel darum, dass man geguckt hat wie mehrdeutige Wörter, frequente Wörter oder die Länge von Wörtern sich darauf auswirkt wie man den Text versteht und welche Strategien der Leser entwickelt Auf das Thema gekommen bin ich in Salamanca Ich war ja dort auch für den Master und hatte Besuch von einer sehr guten Freundin die mit mir auch zusammen im Bachelor Spanischer Medienwissenschaften studiert hat und wir saßen in einem der vielen schönen Cafés dort und haben ein bisschen philosophiert, was man vielleicht thematisch machen könnte und da hatte sie erzählt, dass die Medienwissenschaften noch einen Eye-Tracker hätten ob man da nicht vielleicht in die Richtung gehen könnte Dann sind wir ein bisschen über Umwege, über das Hörverständnis, dann aufs Leseverständnis gekommen und die Idee hatte mich dann recht schnell gecatcht und dann habe ich mich auch vielleicht etwas blauäugig, aber doch recht schnell da reingestürzt Ich bin Alvaro Rango Vallejo und ich bin Doktorand am Institut für Ibero-Romanische Philologie an der Universität Bonn Ich bin Preisträger des Premio Rey de España 2020 zusammen mit meiner Kommilitonin Frau Fatich In meiner Arbeit geht es um ein frühes Werk von Roberto Volaño ein chilenischer Autor, der meiner Meinung nach einer der wichtigsten Autoren Lateinamerikas in den letzten 50 Jahren ist und es ist ein sehr außergewöhnliches Werk es heißt Nazi Literatur in Amerika und es ist eine Sammlung von fiktiven Biografien von Autoren also diese Autoren existieren nicht und dabei werden auch ihre Werke kommentiert, analysiert also diese Werke, die auch nicht existieren und dazu kommt, dass alle diese Autoren auf irgendeine Art und Weise Assoziationen zum Faschismus oder zu faschistischen nationalistischen Bewegungen in Amerika oder sogar Diktaturen in Amerika haben und die Hauptthese der Arbeit ist, dass Bolaño sich diesen sehr fast absurden Dramen, diesen sehr komischen Dramen bewusst überlegt als eine Art literarisches Spielfeld in dem er als ein junger Autor, der gerade angefangen hatte, Prosa-Texte zu schreiben sehr komplexe Sachverhalte für Amerika in den zwanzigsten Jahrhundert literarisch erforschen kann auf eine Art und Weise, die etwas leichter oder verspielter ist Hi, my name is Cheven Mudd and I wrote my bachelor's pieces in English Studies on topographies of migration, genre movement and displacement in contemporary British fiction Die Kernthese meiner Bachelorarbeit ist, dass in der zeitgenösslichen Migrationsliteratur räumliche und örtliche Strukturen einen fragmentarischen, anti-essentialistischen und vor allem aber auch virtuellen Charakter annehmen Ziel meiner Arbeit war es zu zeigen, dass solche literarischen Repräsentationen von Räumlichkeit zumindest Potenzial haben, bestehende koloniale Raumkonzeptionen zu invertieren und zu brechen Der Grund, warum ich mich für dieses Thema entschieden habe, ist, dass das Thema Migration nicht nur aus akademischer Perspektive interessant für mich ist, sondern auch auf einer persönlichen Ebene Ich habe auf jeden Fall wertgeschätzt, dass es oft vorkam, dass ich Momente hatte beim Schreiben und beim Recherchieren, dass ich Begriffe kennengelernt habe, die mir nicht nur beim Schreiben der wissenschaftlichen Arbeit weitergeholfen haben, sondern mich auch selbst unterfragen lassen haben, wie meine eigenen Migrationserfahrungen im Verhältnis stehen zu Begriffen wie Raum, Distanz und Nation Mein Name ist Benedikt Schulte und ich habe hier an der Universität Bonn Französisch und Biologie auf Lehramt studiert seit 2013 und habe jetzt Anfang des Jahres das Studium mit meiner Masterarbeit abgeschlossen und zurzeit absolviere ich mein Studienreferendariat in Köln an einem Gymnasium. Ich bin der diesjährige Preisträger des Prix de la République Française, den ich für meine Masterarbeit bekommen habe. Meine Masterarbeit habe ich über den Roman Madame Bovary von dem französischen Schriftsteller Gustave Lobert geschrieben und im Detail habe ich dort die Charakterisierung und die Identitätskonstruktion wichtiger Romanfiguren untersucht. Innerhalb eines Studiums der französischen Literaturwissenschaft ist es eigentlich selbstverständlich, dass man auch irgendwann auf den Roman Madame Bovary oder zumindest auf den Autoren Gustave Lobert, der ja aber heutzutage eigentlich vor allen Dingen mit diesem Roman in Verbindung gebracht wird, trifft, sei es in der Grundlagenveranstaltung oder in einem fortführenden Seminar. Und so habe auch ich angefangen, mich mit dem Roman auseinanderzusetzen und auch speziell dazu ein Seminar belegt. Und im Anschluss an dieser Seminararbeit habe ich mich dann dazu entschieden, auch tatsächlich meine Masterarbeit zu diesem Roman zu verfassen, zu einer anderen Fragestellung natürlich, weil ich diesen Roman unglaublich interessant finde. Ich habe den Eindruck, dass eigentlich viel, was darin vorkommt und viele Aspekte des Diskurses von damals und heute, der über diesen Roman geführt wird, auch eine ziemliche Aktualität für die heutige Gesellschaft aufweist. Und zum anderen, das muss man auch noch hinzufügen, finde ich auch die psychologische Art und Weise, in der die Hauptfigur Emma Bovary dargestellt wird, sehr interessant. Und wie sie mit den im Prinzip statusgeleiteten Ansprüchen ihrer Gesellschaft und an sich selbst umgeht, das könnte nicht aktueller sein in unserer heutigen Gesellschaft. Mein Name ist Jutta Standup. Ich bin Professorin für Schulpädagogik und allgemeine Didaktik in den Bildungswissenschaften am Bonner Zentrum für Lehrerbildung der Universität Bonn. Und mein Name ist Christoph Dehling. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Frau Professor Standup und ich promoviere am BZL. Uns ging es darum, das Theorie- und Praxisverhältnis der Lehrerbildung enger miteinander zu verzahnen und gerade auch schon in der ersten Phase der Lehramtsausbildung. Das war unser Hauptziel. Ein weiteres wichtiges Ziel für uns war, digitale Lernformen im Lehramtsstudium schon einzuführen, um die Studierenden besser vertraut zu machen mit digitalen Medien, wie man damit arbeitet, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln. Und da war ein besonders innovativer Ansatz, mit Videofilmen zu arbeiten, die mittlerweile ja sehr viel auch in Arbeitsformen eingesetzt werden, wo es um die Zusammenarbeit mit Menschen geht. Das haben wir in der Schule ja auch. Und da ist ein ganz innovativer Ansatz die Video-Annotation. Das heißt, wir arbeiten an den Videofilmen und können direkt im Film Bemerkungen machen, Anmerkungen machen, Markierungen machen. Und dann ging es noch darum, dass wir die Studierenden zusammen, also kooperativ daran arbeiten lassen, dass sie also an unterschiedlichen Plätzen sitzen, also nicht zusammen, sondern an unterschiedlichen Orten sich befinden, aber trotzdem gemeinsam ein Video bearbeiten können. Diese Video-Annotationen sind etwas, was so mit Videofällen meist noch nicht eingesetzt wurde. Normalerweise, wenn man solche Blended Learning Lernszenarien hatte mit Videos, dann wurde das digital diskutiert in einem Forum oder in einem Chatfenster. Das ist allerdings relativ problematisch, weil es ungünstig ist, über ein Video in einem Forum zu diskutieren. Da muss man dann im Forum so etwas schreiben wie, achtet mal ungefähr bei Minute 244 auf den blonden Schüler im grünen Pullover. Und dann müssen diejenigen, die das gelesen haben, Tab wechseln, sich im Video dann anschauen, wer das ist. Und dann fragen sie sich vielleicht noch, ist das der blonde Schüler vorne vom Lehrer ausgesehen oder vorne vom Betrachtenden ausgesehen? Das erfordert also relativ viel Koordinationsaufwand für diejenigen, die das bearbeiten. Bei den Video-Annotationen ist es eben so, dass sie direkt den Diskussionsstrang verbunden mit dem Frame, mit dem Einzelbild haben, auf das er sich bezieht. Und sie ihre Markierungen da machen können. Das eliminiert also diesen ganzen Koordinationsaufwand, der unnötigerweise in der herkömmlichen Arbeit, digitalen Arbeit mit Videofällen, das Arbeitsgedächtnis belastet. Und wir haben da auch Anhaltspunkte aus der Wissenschaft, dass das eben in der herkömmlichen Art negativ für den Lernerfolg ist und dass unser Ansatz da entscheidende Verbesserungen macht. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020